Leute Leute wir sind heute wieder dabei und ja wir haben einen neuen Kanal gemacht und wie spiel es eine Runde Bad Wars auf das MC? Ja und das Tobias der ist auch dabei und nein ich bin nicht dabei ich äh ich bin nur ne ich bin nur ne Stimme ich kaufe mir jetzt ein Kit du hast den Kling ja das war Ero-Kit ausgewählt ich hab nen Kit ich hab den schon mal gekauft auf den Server so und und wäre es würde ich hab heute die Sprachfehler ey guck ich hab schon Stones verordnet Hochstoß 1 und Schärfe 2 ja und ja ich will mal ach so das ist 2x4 ja 2x4 das äh da ist bin ich reingegangen ist glaub ich ein bisschen angenehmer ja so aber ich glaub ey das Kit ist voll cool find ich oder nicht na das kostet aber viel ne hier ich hab das ist ja für immer nein das ist nicht für immer ohja das ist für einmal ich hab mich es gegönnt für eine Aufnahme muss man sich sowas gönnt mh erzähl du doch mal was für ein bisschen Tobias ja ja ich erzähl noch was nämlich wir wollen nämlich ja äh wir wollen ich wollte nämlich noch fragen was wir als nächstes als Projekt machen wollen so sollen was habt ihr für Vorschläge nämlich wollen sollen wir was sollen wir was sollen wir let's play in Vita Beast äh und der Kitzel Hexel oder weiter PvP äh es gibt hier keine Grenzen ihr sollte er frei entscheiden was wir spielen äh was wir spielen ja ich baue mich mal hoch ne ja mach das wie viel Gold hast du schon gar keins na klar einfach hast du noch eins gekriegt ich hab keins bekommen hä lol jetzt hab ich aber eins text du im Back mh das machen wir denn noch ex-essen essen 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 hat man schärfen kriegt man das Kit immer wenn man äh stirbt nein nur einmal das Schwert ist eigentlich schon ganz gut das Schwert ist ganz gut Schärfe 2 und Rückschluss 1 ok schlägt der mich hier runter da würde ich jetzt runter macht das was wir dann weiß ich nicht er wird 500 Punkte weg ja also wer geil ist wer stark wir können mal die anderen Team ne ich weiß ich mach hier eben ne Kiste hin und dann mach ich eben das Gold rein kannst du mal Steine nachbringen was jetzt leer alter wir haben schon so viel Weg gebaut ne und die haben noch gar nichts ich spann jetzt hier runter uuuu Hex Fly Egg Fly Egg Hex er kann fliegen da ist so ich vielleicht das ist mal zeigen ich vielleicht hat ich muss zeigen ich hab immer viel er nimmt auf er nimmt auf und hat er nur das andere ich hab noch ein Gold äh hast du nicht wie viel Gold ist da in Köln in der Kiste wir brauchen hier nämlich langsamen Bogen er die kommen nach uns ja die wollen nach uns aber die stecken sich hier gerade hoch stecken sich aber auch hoch ich mach mir grad ein bisschen Rüstung dauert das noch muss ich das schnell machen oder langsam am besten schneller ja wenn wir nur zu wenig Gold haben äh ich würd mal sagen dass wir unser Bett ein bisschen zubauen ne womit denn ach der ist du hast den grad getötet du hast den grad getötet ne also über dir läuft ich muss mein Headset anschließen hör dich Kabel ist rossen röste mich grad wieder erzähl ich dich wieder ja ich bin doch hier auch im Schweizer ach hier oh ja schläg'r mal hier soll ich den Block von denen abbauen bist du da schon klar nein wollen ja nicht so sein ne doch wir wollen so sein der ist abgebaut ne wieso brauchst du den denn ab weil ich gemeint bin das ist aber so jetzt hab ich sogar noch einen getötet ach jetzt ist ja toll jetzt ist das zu Ende also da kriegt man noch ne ganze Rüstung für ein chest ein alter richtig gute dick verzauberte Rüstung da müssen wir jetzt noch ne runde mehr dran hängen das ist aber kacke gel was soll das was soll so ja noch nen kurzen Cut hier weiter und ich hasse euch alle es meint er ernst also wenn ihr uns nicht abonniert gibt es ein DDoS nein wenn ihr hab ich jetzt kein mach mal vor 3 wenn ihr kann ich kein Kittel mehr nehmen mach vor 3 dann ist es wieder Rush Rush ist aber kacke k weißt du was es reicht mir mit dir ich weiß was ich jetzt mache jetzt nehme ich auch woran hier woran ja was nimmst du ich nehme auch das Kind was du genommen hast hast du das gekauft ich kann es nicht mehr kaufen ich hab zu wenig Money 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 ich muss mehr YouTube Money kaufen gib deine Sachen hier nein das ist nichts was gib die einfach hier wieso hast du kein Chestplate ich hast du auch nicht gehabt ich hab ein Chestplate gehabt jawohl nein du hast keine gehabt hab ich wohl nein 100 Euro kannst du in der Aufnahme nachgucken du hast jetzt keine Chestplate ich wollte einen Block ab okay mach das mach ich jetzt auch guck hier es ist abgebaut m n n mit b woher Dolls von dem Block ab z k k k k k Machen wir jetzt eine Spitzhacke, dann geht's schneller. Ach, nee. Ja, okay, machen wir jetzt eine Spitzhacke. Hast du schon Gold? Nein. Weißt du, was ich jetzt aus dem Gold mache? Eine Spitzhacke. Hab ich auch gemacht. Hast du? Äh, hattest du ein Gold gehabt? Ja. Wieso baust du dir denn raus eine Spitzhacke? Ist doch logisch. Ich bau dich jetzt ab. Geh da weg, geh da weg. Ich darf auch mal fahren hier. Nein, das bin ich. Das ist alles meins. Was sag ich jetzt? Ich hau jetzt ab. Mit dem Gold, soll ich runterspringen? Soll ich hier runterspringen? Ja, mach. Ja, mit dem Gold? Nein. Soll ich das? Gehst du da hier oben hin und baust da weiter? Ja. Ja, mach das. Ich springe von runter. Ja, das ist ein Wörteranschlag. Ich muss nur einmal auf dieser Leertaste drucken. Mein Gold! Hast du wirklich, hast du wirklich dafür ein Gold ausgegeben? Nein. Ich hab nur, ich hab die Silberschütze. So geht das nicht. Doch so geht das nicht. Ich hoffe, wir gewinnen wieder. Ich hoffe, wir gewinnen nicht. Ja, so einfach auch noch. Nein. Ein bisschen Spaß muss sein. Mir wurden einfach jetzt 500 Points abgezogen. Bann! die jetzt 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 sehe ich auch so geht das hier nicht auch mal jetzt zu Ende hast du ein Gold nein nicht für dich es gibt die Gold die Küchenbogen ich mache mir das beste Schwert hier ist noch ein Gold jetzt kommen die Tobias die kommen hier ich gebe dir auch meine Spitzsacke Pick X2 wie da einfach Pick X2 steht ich habe das Wort 3 ich habe gleich den Bow 1 ich habe gleich die Bow 13 ich glaube die gibt es die gibt es ja auch hier geht es bis 13 die gibt es 13 Bow ich bring einfach runter da ist der entscheidende Gold gekommen aber es juckt ja kein ich nehme dir zu gucken was du da so schön machst und bau wieder unter dir den Block ab mit der Hand mein Gold ich springe gleich auch mit den Gold von und dann ist es zu können so weit sich Platz ist von der Spitzenküter nicht ich habe ich habe ich habe die PX2 jetzt schon ein bisschen einen Bogen haben können ja aber wenn du nicht so inkompetent gewesen wäre es denn jetzt auch eingefallen mit drei gold nein das ist jetzt mache ich ja es gibt es nicht spannend er springt mit meinen Sachen runter ich gebe dir sogar Blöcke hier sowas bereue ich nicht ich brauche nur eine Spitzkirche um zu überleben ja, das gebe ich dir ich brauche gleich wieder den Block ab und dann holst du wieder rum global kommst du nicht rein? ich baue mich da wieder hin ich hab drei Gold die Sonne schreint jetzt springt die wieder runter ich schaue dir ein sehr unterhaltsames Video wenn wir das gemacht haben, dann renne ich das und weiß, was ich dann mache was? gleich, geh ich einfach mal mit dein Livestream wow, ich will ganz mal schon wieder runter gehen okay dann Livestream wir dann gibt's gleich ein Livestream dann gibt's gleich ein Livestream haben wir wieder 300 Zuschauer steht dir das vor, Alter dann feuer ich das der hat einen Bogen nein, Boeim nein, 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 nein der Boeim nein, nein so geht das nicht so geht das hier nicht jetzt gibt's Respekt, Chelle komm, ne, die bauen unser Block ab, der hat unser Block abgebaut, ne ich hab jetzt noch keine Schauluke der hat unser Block weg, ne der ist weg ja, ich seh das ich hab ein Bogen der baut sich grad hier hin, ne der hat Boeim, ne Boeim, zwei Doppelboeim, ne okay, der hat eigentlich gar keine Hexe, aber ich baue mir grad noch ne Rüstung nein, du machst dir jetzt keine Rüstung du gehst jetzt auf den mit dem kommt der ja nein nein ah, ich seh den noch nicht Wetter gerade geschossen also ich war's nicht hab ich das gesagt, dass ich das war na gut, das hab ich wir haben eigentlich noch gar nicht unseren Block zugebaut weiß ich nicht glaub ich auch ne das ist deine Sache du den Block zu baust das ist deine Sache ich weiß das nicht, ob du ob man den Block zu bauen muss ich weiß das auch nicht ich bin grad bei denen in der Base, ne oh du hast ne Pickaxe? nein, ich hatte nicht ich hatte ne Pickaxe oh, ein Gold damit kann soll ich dir eine geben? ja, ne Pickaxe ich mach mir ne äh Holz ne hier, ich hab schon eine hier, da liegt eine die Pickaxe 2 ich hab mir ne bessere gemacht als du so jetzt komm ich mit dicke Rüstung hier ich baue den Block ab, ne das ist ich muss das machen äh warte auf mich ich will dabei sein warte auf mich das ist meine Bestimmung sprichst du da wieder rein? ja, mach ich immer so Tobias jetzt kriegst du Bogen nein, der hat Bogen Bogen nein der hat mich getötet das hat weh die Lappen kommen da hinten ich hab jetzt ne Pickaxe zu bauen pass auf die Lappen kommen da hinten, ne der Ende ist gleich da unten oh die denken jetzt alle Bogen aber egal die Bogen sich deine Base lol dead bohame glaub ich die eine dass er jetzt eine bohame hatte hast du die Karte ich äh bin da grad hingerannt und die waren geht's äh ne geht's eigentlich nicht mehr so gut den gibt es eigentlich sehr schlecht gehen guck guck man sollte mal nachdenken hier so bisschen absicherung zu bauen wär ganz gut eigentlich wär ganz stark da vorne ist der bohame der ist schon ganz vorne, ne der bohame der eine ich hab einen runter gehauen ich komm gleich ne also wieder mit Schwert ne der eine der ist auf jeden Fall bohame ich hab einen runter gehauen gta will reload ist gestorben der steht da hinten da hinten ist dort noch einer komm den kriegen wir komm den töten wir du hast da rein stürmen der ist tot einer ist tot Gamma HD oh Gott ich bin so dumm ich bin so dumm hm ich bin da hallo ich bin bist du auch aus der Welt gefallen ja ich bin wegen dir aus der Welt gefallen da war so ne Loch hast du grad wie viel Gold hast du gar keins hier das hab ich die kommen jetzt mit uns du bist nicht wegen warum bist du wegen mir aus der Welt komm mal den Block lieber ein will ich mal so sagen das lohnt sich nicht hier warte ich mach dir ne Pickaxe hier ne gute ne gute ich hab schon ne gute her für ein Gold wir rushen jetzt einfach drauf pass auf die kommen gleich pass auf die kommen gleich ich hab schon Swat 2 du machst die ein Swat ja Swat 2 mach ich mal oh pass auf da ist wieder diese eine Lücke ne die dürfen wir nicht vergessen bist du auch in diese Lücke gefallen ja ja weil du die gegraben hast ja ich weiß aber warum da ist einer ich dachte da wäre das abgebaut so geht das von Femmeyer hier fast eingetötet jetzt komm ich nur noch mit bist du tot? ja ich bin tot ich kann ein 2 Schmied machen und ne Pickaxe und Blöcke Pickaxe brauchen wir nicht mehr ich komm mal schnell bei einer Jolo unser Block ist einfach so geil zugebaut ne so geil ne da kommt keiner durch ist so da kommt einer sogar durch ey ich hab den ich hab schon mal bei einer Runde so nen Block mit der Hand abgebaut ne ich auch das ist mir gar nichts ich wusste noch nicht mal dass ich da war und das kommt der mit dem Bogen glaube ich ist das der mit dem Bogen? die haben gar keinen Bogen mehr wenn du da einfach mit dem Pickaxe drauf gehen die haben keine Bogen mehr ne? die haben keinen Bogen mehr nein die doch nicht oder? ne die haben keinen Bogen mehr ist echt so ne die haben keinen Bogen mehr das ist gesetzlich verboten die kommen jetzt die haben jetzt umschneiden Hand Power machen Hand Power Hand warte auf warte auf ich mach äh Swats äh 2 Power warte auf ne die kommen da die bauen hier den Weg ab was sind das für Lappen? hey wake up hey wake up hey wake up wie läuft nein nein oh ich hab ein halbes ein ein Viertel Herz pass auf jetzt kommen die jetzt rasieren die jetzt rasieren die nimm die unseren Block mit ich sag's dir ja juck mich nicht die können gerne unseren Block mit ich sag's dir die können gerne unseren Block mit was wollen die damit? sag mir was wollen die damit? ich hau die runter pass auf unser Block ja juck mich nicht der Block ist ja egal solange wie das stehen hat der Angst hau die runter komm mal hd Punkt NET der Sonntag ist der runtergeflogen? ja ich hab den runtergeschlagen ich hab den runtergehauen dein Freund ist gestorben fing dumm halt hiiii ich halte Marvin hiiii wo Spammer? hier wo Spammer? wo Spammer? wo Spammer? und heiße Willi 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 das ist ja wieder dieser Gamer dieser Game super da da ja der ist runter wir haben gewonnen wir haben noch wir haben gewonnen GG läuft Jo Leute das war jetzt das Ende ich glaub das Video ging relativ lang und ja schönen Tag noch und tschau tschau tschüss ist wir wir